Ja, ich zieh den mal gar nichts. Natürlich ziehst du den gar nichts. Aber die ziehen mir halt was. Kommst du mit? Das ist kein Zweck, lass die auslassen. Nein, ich bin tot. Scheiße. Ich glaube nicht gerade noch zum Lebensbrunnen. Nee, jetzt geht mir doch da oben mal ein Port. Ja, jung, du bist jetzt nicht. Ja, du kannst doch kurz zu meinem Grab stellen, die Fika ziehen dir doch nichts. Ja, sicher. Das ist ja das Problem, weil ich sage, ich will nur den Lebensbrunnen. Ich will nicht auch in den ganzen Scheiß laufen, weil wir beide tot sind. Bis dann kommt ja nichts mehr. Junge, jetzt muss ich für die ganzen Viecher alleine füllen. Ich komme doch. Was? Moment. Acht, du hast den Port versetzt. Ach so, jetzt verstehe ich. War gerade ein bisschen verwirrt. Ja, diese Vorführer, die könnt ihr eigentlich besiegen. Ich wurde jetzt gerade von den Flammenarten getroffen. Und ich will, ich will einmal einen Grabstein, die Leute. Mann. Ich will nur meinen Grabstein. Ich ziehe wirklich gar nichts. Ja, die ziehe dir wirklich nichts. So, ein Vieh ist tot. Das ist hart. Ja, die Viecher sind sehr nervig. Vor allem nervig ist irgendwie, dass sie sich so vor meinen Grabstein stellt, dass ich nicht abklicken kann. Naja, das ist jetzt die zweite Obsidian Halle. Und ich glaube, danach kommt schon eine Tekine. Das ist richtig. Also das ist auch wieder recht kurz. Hier halt das Finale. Naja, die zweite Obsidian ist schon etwas größer. Ja, aber nicht so hoch. Wie komisch. Wenn ich richtig erinnere, musste man hier zuerst nach unten. Unten und dann rohren. Und dann Frostschritten. So, wie ich hier durfte, nicht anschießen. Hier gibt es auch wieder eine Gona. Wie hätte er das gedacht? Ja, ne, die Viecher sind hier gar nicht eigentlich. Sens, sens, sens. Bis erst runter weiter. Ja, ich glaube. Ich glaube, man darf hier schon. Ich glaube nicht. So, jetzt wird sie da lustig. Lauf mal ganz hier oben vorbei. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe noch ein paar neue Gruner. Was ist denn jetzt noch eine neue Gruner? Was ist das auf der Level? Ich habe mich. Oh, nie. Boah, sind die Nerdy. Boah, die machen vor allem einen übelst Verbrennungsschaden. Oh, sterb, 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 sterb. Was ist dein Level? Ja, ich weiß nicht. Ich bin hier weggelaufen dann wohl. Oh, die Viecher. Gut, dann lass uns mal das Level machen. Ich werde einfach, wie ich jetzt gesagt habe, ich werde versuchen, das da möglichst schnell zu erreichen. Weil ich will es noch erreichen, sagen wir so. Deswegen pumpe ich jetzt einfach immer weiter da rein. Ja, ich habe jetzt nur 100% Feuerschaden. Nett. Gehst du auch. Dann gehen wir komplett auf Stärke. Und ich hoffe, das reicht, um das Schild tragen zu können. Welches ich mir geholt habe. Deswegen gehe ich mal ganz kurz. Noch, äh, nach Elos. Das mache ich jetzt für dich auch noch. Dann kriegst du mir noch. Gesamtsschaden, wichtig. Oh, ja, super. Gesamtsschaden ist wichtig. Und danach kommt die Balkankungel hoch. Na, ja. Was ist das da drüber? Das ist Hitzeschutz, äh, Hitzeschutz, ne? Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Ja, ihr könnt euch das Boy wegtragen. Können wir noch was tragen? Was Neues? Die Sankt-Fish-Stamplers können wir jetzt tragen. Die Sankt-Fish-Stamplers sind eine sehr nette Sache. So, ja. Das Boy-Werk, es bringt auch Verteidigungsmeisterschaft. Und es bringt einfach viel mehr, aber der Schaden wird jetzt runtergehen. Aber, das Schild ist einfach viel besser. Das andere Schild ist ja noch aus dem ersten Durchgang. Auch wenn jetzt mein Schaden runtergeht, es ist besser, glaubt mal, Leute. Dann, das Ding. Hörs, ich hab jetzt, ah, jetzt hab ich nicht mehr genug Stärke, wenn ich den rausziehe. Ne, dann muss ich den anhaben. Warum kann ich nicht mehr das 303? Stärke. Aber ich, wo, ich hatte, eben, ah, ich hatte das Schild Stärke. Durch das Schild krieg ich Stärke. Okay, Leute, dann können wir es doch noch nicht tragen, die Ausrüstung. Aber wir behalten sie mal hier. Dass wir sie beitragen können. Das kann man mal kurz anreinnen. Möge Hera dich behalten! Vergiss nicht die Rüstungen für deine Arme und Beine. Die sind auch sehr wichtig. Darf ich dich bald wieder begrüßen? Weiß ich noch nicht. Gut, dann, ähm... Wir schaffen doch nicht Level 31, Frau Typhon. Nö, ich schaffe auch nicht. Level 30 Typhon, ähm, sonst bin ich da immer 7. Level höher. Naja, egal. Dann geht es jetzt rein da. Warte, warte, ich gebe uns vielleicht gerade mal noch den Waffen neu. Dann hat der Kine geöffnet gehen, ne? Der Kine ist immer easy. Da seht ihr Typhon. Und der Kine mit der Sichel des Conners. Und er hat ihn befreit. So, Typhon verpisst sich. Oder haut ab. Und der Kine geht sterben. Ja, mach du mal, ich mach mich da. Ja, dieser Tekine ist stärker als alle anderen. Ich würde vorschlagen, ich lenke ihn ab, wie ich das gerade hier mache. Die Atakete auf... Ne, doch, er geht doch auf mich. Machen wir drauf. Ich verwirre den so ein bisschen. Der... Ist gestunnt. Das will für schön, er setzt seine ganzen fiesen Skills gerade nicht ein, sondern um seinen Angriff. Oh, deswegen wird er auch schnell schnell. Okay, er zieht doch ein bisschen was. Umso näher bei mir, er ist jetzt ein Begratz für mich da. Ja, ich weiß nicht, ob du damit ein Treffenschuss mehr ziehst. Gut, da haben wir eine Essenz. Oh, ich würde sagen, ich habe den... Okay, dann mache ich. Ich glaube, ich habe bisher bei der Kine geschlacht, dann darfst du. Gut, da haben wir den Sonnenstein. Den habe ich, den kannst du nehmen. Das ist Rex, glaube ich, auch als Artefakt, als wir vorgelegt haben, die Essenzen. Richtig. Ein bisschen Qual. Gut, die Essenzen können wir vielleicht mal ganz kurz einarbeiten. Dann haben wir eine neue Essenz, fertig. 74 Feuerwiderstand. Das ist gar nicht schlecht. Kann alle Rüstungen. Naja. So, so. Ja. Toll. Lauf ins... Auf in Typhons Portal. Wir gehen Typhons hinterher. Jetzt wird es ethisch. So viel garantiere ich euch. Oh, die Framenzahl ist super. Ja, das ist immer so bei den Ladezeiten. Und dann geht die Framenzahl ja down. Naja. Wir sind im Olymp, Leute. Und der Olymp, das finde ich, ist sehr geil gemacht. Und deswegen gehen wir jetzt Viecher prügeln. Denn... Ja, es kommt noch nicht direkt der Endkampf. Und ihr müsst erst ein paar Monster prügeln. Das sind nicht viele. Limaus geht sterben. Die Lerte geht sterben. Ja, es gibt wieder Limaus. Ich hasse Limaus. Vor allem geht hier Limaus in größerer Anzahl. Boah, die geht hier aber doch ordentlich. Das ist so viele Bogenschüsse und Magier sind. Ja, ich hab auch. Tot. Bist tot? Ja. Das ist hart. Das hat... Irgendwann... Oh, jetzt geht... Nein! Hör auf! Geh aus dem Ventufelagons. Wie grandzig ist das denn? Da läuft der weg. Oh, nö. Lauf doch was hin. Das ist doch direkt um die Ecke. Alter. Bist du eigentlich faul. Wie ist das 10 Kilometer weg? Ich bin doch gar nicht. Ja, die hat irgendwie sehr viele Damage-of-the-Time-Zauber auf mich wirken. Das sind... Sobald das schon zwei Limaus machen, ist das richtig übel. Und dann hat der Heiltag auch nicht mehr geholfen. Das geht nicht. Na, das Problem ist, dass du 1400 Leben hast. Wahrscheinlich hättest du keine Simantyfe als Attacken aus. Ja, das sehen wir dann ja vielleicht bei Tiefen wie hart es wirkt. Oh ja, ich halte nicht viel aus. Vielleicht jetzt ein bisschen was das geilste skillen soll. Ja, für mich ein Schaden. Ja, das ist so ein bisschen wichtig bei Tiefen die Balance zwischen Skills und reinem Meisterschafts-Buffing. Oh, wir müssen gleich unbedingt von Tiefen noch einen kriegen, ich hab nur 17 Stück. Alter, der Tiefen mit zwei Schlägen. Ja, dann wenn du nicht so viel mehr bewegen kannst, dann... Du bist jetzt nicht echt noch gestorben. Bin ich... Autsch, das ist ja übel, du... Solltest du vielleicht überlegen, ob du doch noch ein paar Punkte rausziehst und in den Geist rein tust, damit du ein bisschen Leben hast. Okay, wirklich viel Leben bringt das auch nicht. Willst du deinen Grabstamm vielleicht nehmen? So, ja. Ich würde mich einfach ein bisschen bedenkt halten. Ja, ich bin nicht schon wieder tot, ey. Du bist nicht schon wieder tot! Ja, noch nicht ganz, aber... Und noch 80. Du musst die wirklich alle auf dich ziehen, weil sobald die auf mich kommen... Ja, das Problem ist, dass deine Laberkugel die alle auf dich gezogen hat. Ich kann nicht aus, halt nicht aus, halt nicht aus, halt nicht aus. Äh, Leute, also macht die hier mit mir. Stirb, 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 stirb. Oh Mann, ich bin gestunnt. Ach ja, das sind meine Nervenge einschappten, diesen... Minotauren-Tüchern. Dass sie euch stunnen. Das wird lustig. Das wird gleich sehr lustig, aber egal. Und wenn der Kampf für einen Typ von 15 Minuten dauert. Naja, ähm... Oh nein, jetzt kann man... No! Ich sollte meine Feuerwaffe ausmachen. Ja, das sollte ich vielleicht tun. Das sind platt, das sind platt. Das, was das ist, diese Welle, die macht euch Schaden. Und das bringt Fähigkeitenstörungen. Das ist enorm nervig. Wenn ihr Bordestudium habt, könnt ihr sie recht leicht besiegen. Ich glaub, ich sollte mir doch mal Bordestudium Level 1 zumindest zulegen. Ja... Wenn man Bordestudium wirkt, dann kriegen sie noch viel mehr Schaden. Ich hab noch nichts von hier. Komm... Das sind nur noch 10 Heiltränke, also ihr seht... Das ist ja auch nicht so viel, ne? Ja, ich stehe hier nochmal. In diesem Spiel ist das noch nicht alles ordentlich. Ja, Leute, die Fahrt. Okay. Tot sind sie. Ja, ich glaub, ich werd ein paar Mal sterben. Ja, wichtig ist dann halt, dass der andere wegläuft vor dir. Von dem kann man ja recht leicht weglaufen. Ich bin mal kurz Heiltränke kaufen. Du solltest das vielleicht auch noch in Erwägung ziehen. Wie viel hast du noch? 16. Okay, ich hab 10.